Hi zusammen, ich möchte mich erstmal bei euch bedanken für dieses überwältigende Feedback zu meinem letzten Video. Ich danke euch viel, viel, vielmals dafür, dass jetzt alle Bescheid wissen über meine reichen Eltern. Und weil das bei euch so gut angekommen ist, plane ich schon das nächste Kommentare-Kommentieren-Video und ich habe mir gedacht, dass die lustigen Kommentare oder die weniger inhaltlich gehaltvollen Kommentare so gut bei euch ankommen. Mache ich vielleicht einfach mal ein blöde Kommentare-Spezial und zeige einfach mal den gesamten geistigen Flitzeschiss, der sich teilweise ansammelt. Ihr habt euch sehr gewünscht, dass ich mal wieder einen Star-Look schminke und ihr habt euch da jemand ganz bestimmten gewünscht. Und wenn ihr den Look sehen wollt, dann bleibt jetzt dran. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020